Hypnose to go, dein Podcast, um vom Gehirnbesitzer zum Gehirnbenutzer zu werden. Mein Name ist Simone Krieps, ich bin Expertin für das menschliche Unterbewusste und in diesem Podcast erfährst du, wie du für dich deine inneren Verarbeitungsstrukturen nutzen kannst, um deine Programmierung umzuprogrammieren, beziehungsweise wie du mit deinen Kunden arbeiten kannst, wenn du Menschen begleitest. Die erwarten dich immer kleine Tipps und Tricks, aber auch grundlegende psychologische Zusammenhänge. Also bleib auf jeden Fall dran. Und wenn dir der Podcast gefällt, dann danke ich dir, wenn du mir einen Daumen oben dalässt, wenn du den Kanal abonnierst und natürlich, wenn du eine Bewertung dalässt, beziehungsweise diesen Podcast Freunden empfiehlst, Bekannten empfiehlst, Kollegen empfiehlst, die genauso davon profitieren wie du. Heute möchte ich dir eine Technik vorstellen und zwar eine Technik, um Glaubenssätze relativ schnell in Luft aufzulösen, also im Grunde eigentlich eine Umbewertung zu machen. Egal, ob ich jetzt im Bereich Selbsthypnose beibringe oder Hypnoseausbildung Menschen das beibringe, da ist immer die Frage, wie werde ich meine Gedanken los? Ich möchte anders denken, positiver denken, besser denken, stärkende Glaubenssätze und Überzeugungen haben und ich möchte nicht mehr diese alten Denkmuster haben, die ich im Moment habe. Und dann gehen wir davon aus, wir müssen jetzt anfangen, unsere Gedanken zu kontrollieren, also irgendwas mit unseren Gedanken tun, dass wir darauf Einfluss haben und nicht einfach so diese negativen Gedankenspiralen, die wir uns vielleicht irgendwann mal in unserer Kinder- und Jugendzeit angewöhnt haben, weiter aufrechtzuerhalten. Denn in der Regel ist es so, dass du irgendwann in deiner Kinder- und Jugendzeit aufgrund von Lebenserfahrungen, bestimmten Ereignissen oder die Art, wie Menschen zu dir waren, Rückschlüsse daraus gezogen hast, wie du bist. Oder du hast Überzeugungen von Menschen übernommen, die dir wichtig waren. Und dann laufen wir mit diesen Überzeugungen oder recycelten Glaubenssätzen durch die Welt und glauben, also sind davon überzeugt, dass das eine Wahrheit, eine Realität ist. Ein Gedanke ist aber einfach nur das, was er letztlich ist, ein Gedanke. Ein Gedanke ist ein Gedanke, ein Gedanke, ein Gedanke, ein Gedanke. Keine Wahrheit. Er wird aber zu einer inneren Realität. Und diese innere Realität hat Einfluss darauf, welche Informationen du aus der Welt, aus diesen Informationen der Welt herausfilterst, wie du die bewertest, wie du die interpretierst. und wie du dich dann fühlst und natürlich auch verhältst in deinem Leben. Denn ganz oft, und das hast du vielleicht auch schon mal erlebt, ist es so, du hast das rational alles verstanden, aber in dir glaubst du immer noch, dass du das nicht hinkriegst oder dass du das nicht schaffst oder hast Zweifel oder machst dich innerlich schlecht oder traust dir das nicht zu, was auch immer. Es gibt also innere Überzeugungen, nichts anderes ist es ja letztlich, die dich von einem bestimmten Ziel abhalten oder unangenehme Gefühle machen und so weiter und so fort. Auf jeden Fall erlebe ich dann immer wieder, dass Menschen ihre Gedanken kontrollieren wollen. Deine Gedanken kannst du aber gar nicht kontrollieren. Du hast im Schnitt zwischen 60.000 und 80.000 Gedanken pro Tag. Wenn du nur noch auf deine Gedanken achten würdest, dann könntest du ja nichts anderes mehr tun. Das heißt, immer dann, wenn wir unbewusst unseren Gedanken gegenüber sind, laufen die alten Programme wieder an, also spätestens dann. Und positive Affirmationen kann man zwar machen, also sich zum Beispiel einsprechen, sein Handy, ich bin glücklich, ich bin mit jedem Tag gesünder oder ich kann erfolgreich sein, was heißt ich, oder ich bin erfolgreich. Ihr merkt, ich kenne mich mit positiven Affirmationen nicht so aus. Das ist nicht so ganz mein Thema, weil mir das A gar nicht schnell genug geht und B auch nicht nachhaltig genug ist. In dem Moment fühle ich das, in dem Moment finde ich das gut, aber sobald draußen wieder ein Programm losschießt, sobald ein Konditionierungsauslöser gedrückt wird, sofort ist dann dieser unangenehme negative Gedanke wieder da. Und die Art und Weise, wie ich darauf schaue oder wie ich da rangehe, ist es, die Gedanken nicht mehr zu kontrollieren, sondern die Gedanken umzubewerten. Denn ein Gedanke hat nur Kraft in dir, hat nur eine Wirkung in dir, wenn er mit starken Emotionen verknüpft ist. Also starken angenehmen oder starken unangenehmen. Also eine positive Überzeugung oder eine negative Überzeugung ist. Wenn unangenehme Gefühle damit verknüpft sind, löst es natürlich auch ein unangenehmes Gefühl aus, wenn ich den Gedanken denke. Es gibt aber auch blockierende Glaubenssätze, die sind bei mir, wir nennen das in der Hypnoseausbildung, im sogenannten Yes-Setting, in der Positivbewertung. Und deswegen ändere ich die nicht, weil die mir ein Gefühl von Sicherheit, ein Gefühl von Vertrauen, ein Gefühl von, ja, so ist das richtig geben. Also es kann beides sein. Es ist aber letztlich ein Gedanke, dem ich eine bestimmte Überzeugung gegeben habe, ein bestimmtes Gefühl gegeben habe. Und weil ich glaube, dass das so wahr ist, hat dieser Gedanke überhaupt eine Wirkung. Wenn der neutral bewertet wird, wenn ich den nicht glauben könnte, dann würde er auch nicht das auslösen und nicht die Kraft haben, die ich ihm gebe. Denn es ist nicht der Gedanke, der die Kraft hat, sondern das, was dein Unterbewusstes ihm zuschreibt. Und das bist du. Du bist dein Unterbewusstes, kein anderer. Da ist kein Mann in dir oder keine kleine Frau in dir, die sagt, ich ziehe jetzt hier die Strippen und lenke dich, sondern es ist etwas, was du in dir installiert hast. Es gibt unterschiedliche Arten, wie man Glaubenssätze angehen kann. Aber das Grundprinzip ist mir erst mal wichtig, dass dir das deutlich wird, dass du verstehst, es geht nicht darum, diesen Gedanken nicht zu denken, sondern ihn emotional umzubewerten, ihn zu neutralisieren oder ihn lustig zu machen, absurd zu machen, sodass er keine Kraft mehr in dir hat, weil du ihn einfach nicht mehr glaubst. Und eine Technik möchte ich euch heute vorstellen, die mir jetzt öfters schon mal begegnet ist, und zwar von Christian Jäger. Der hat die sogenannte Palm Therapy entwickelt und es gibt eine Art in dieser Palm Therapy, einen Glaubenssatz zu bearbeiten oder umzubewerten, die ist relativ einfach, die kannst du wirklich für dich selber nutzen. Du suchst dir als erstes einen Gedanken, der zum Beispiel ein unangenehmes Gefühl in dir auslöst. Sowas wie, ich kann das nicht oder ich bin zu dumm dazu oder ich bin nicht liebenswert, ich bin nicht richtig, ich bin ein Pechvogel. Keine Ahnung, such dir irgendwas aus. Also, halt mal kurz an, schreib auf, welchen Satz du nehmen möchtest. So, und wenn du das hast, dann nimmst du deine Hand. So, und deine Hand hat Linien hier, das siehst du, ja? So, und es gibt jetzt einmal diesen Punkt, wo es hier so eine gerade Linie, die kreuzt dann diese Linie hier. Da ist ein Punkt. Und der zweite Punkt ist hier, wo die, diese beiden Linien sich hier treffen. So, und jetzt machst du folgendes, du drückst diesen, diese beiden Punkte, du drückst diese beiden Punkte und jetzt sprichst du deinen Satz laut aus, 20, 30 Mal hintereinander. Du schaust gerade aus, sprichst deinen Satz laut aus, drückst diese beiden Punkte und machst diese Bewegung, also wie eine Nein-Bewegung, die ganze Zeit. Also, wenn ich jetzt mal den Satz nehmen würde, ich kann das nicht, ja? Irgendwann kommt dieser Moment, dass du nicht anders kannst, als darüber lachen. Also, ich denke oft, dass ich Sachen kann. Ich habe vielleicht andere Glaubenssätze, müsste ich mal überlegen. Womit habe ich denn das das letzte Mal gemacht? Auf jeden Fall ist der Moment immer, wenn du diese beiden Punkte drückst und so machst und den Satz dabei sagst, 20, 30 Mal, ich kann das nicht, ich kann das nicht, ich kann das nicht oder ich bin nicht liebenswert, 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 ich bin nicht liebenswert. Du wirst irgendwann anfangen zu lachen. Wenn du dann kurz die Augen schließt und diesen Satz noch mal hörst, ich bin nicht liebenswert, dann wirst du hören, wie der anders klingt, wie der sich anders anfühlt. Vielleicht sogar, wenn du dir den geschrieben vorstellst, wie der irgendwie anders wirkt auf dich. Weil du ein anderes Gefühl mit diesem Satz verknüpft hast. Und das ist eine Technik, die du zu jedem Gedanken machen kannst, der dir einfällt, wo du ein unangenehmes Gefühl hast und wo du für dich selbst eine Umbewertung machen kannst. Dieses Hin und Her ist ja am Ende nichts anderes, als ob du die Augen hin und her bewegen würdest. Es ist nur etwas einfacher, den Kopf so zu schütteln, weil das kennen wir ja eh schon vom Nein-Sagen. Das ist sowieso eine Sache, die wir gut drauf haben sollten im Leben. Da kann ich auch mal einen Podcast so aufnehmen, wie du besser Nein sagen kannst. Aber dieses Nein-Sagen, dieses Kopfschütteln kennen wir. Es ist oft leichter, als wenn die Augen so hin und her gehen. Ist aber im Grunde das Gleiche. Es gibt eine Rechts-Links-Bewegung. Und in dem Moment fängt dein Gehirn an, etwas umzubewerten, etwas zu neutralisieren und in dem Fall in der Regel etwas lustig werden zu lassen. Schreib mir super gerne mal, wenn du die Übung gemacht hast, welche Erfahrungen du gemacht hast. Also am besten bei Instagram oder hier unten drunter unter den Kommentaren, wenn das geht. Also bei YouTube beispielsweise geht das. Und lass mich mal teilhaben. Grundsätzlich kannst du mir sowieso auf Instagram folgen. Da mache ich regelmäßig Storys. Da mache ich zusätzliche Posts zu allen möglichen Informationen. Du kannst mir deine Themenwünsche auch jederzeit schreiben. Oder das, wozu du gerne dir ein Video wünschst, was du für dich verändern möchtest. Und dann mache ich das sehr, sehr gerne für dich. Also mach dir bewusst, Gedanken sind keine Wahrheiten, sondern einfach nur Gedanken. Aufgrund deiner Geschichte hast du irgendwann angefangen, eine bestimmte Überzeugung zu entwickeln, die du jetzt glaubst. Das ist ein Lernmuster, ein Lernprogramm. Dieses Lernprogramm kannst du durchbrechen, unterbrechen und neu besetzen, sodass dieser Satz sich gleich ganz anders anfühlt. Und das machst du unter anderem über diese Palm Therapy. Das heißt, du nimmst diese Linie, diese Linie, drückst das, machst nein, nein, nein und redest die ganze Zeit laut diesen Satz 20, 30 Mal, bis du merkst, das Gefühl verändert sich. Also ich bin gespannt, was du dazu erzählst. Und ich habe auch noch eine weitere Podcast-Folge vor einigen Jahren schon mal aufgenommen, ich glaube vor anderthalb, zum Thema Glaubenssätze verändern. Die packen wir dir hier unten in die Shownotes rein. Da habe ich noch eine andere Methode, wie du Glaubenssätze verändern kannst. Es lohnt sich, diese Umbewertungstechniken zu lernen und aufzuhören, sich irgendeine Geschichte zu erzählen, die man sowieso nicht fühlt und die man sowieso nicht glaubt. Also es ist viel, viel schneller und viel, viel einfacher, mit diesen inneren neuronalen Strukturen zu arbeiten, als über den bewussten Verstand. Viel Spaß beim Ausprobieren und ich freue mich sehr über dein Feedback. Deine Simone